Schimmerteilen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was das ist. Okay, wenn mich das Spiel jetzt damit schocken wollte, das hat es definitiv nicht geschafft. Hammond. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Kuh auf diesem Deck. Ich glaube, sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen. Angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond. Ich dachte, sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie, Isaac, keine Hilfe. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager ab, weil ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Alles klar. Alles klar, Hammond. Du chillst hier ab und ich gehe mal gucken, was das ist. Du weißt nicht zufällig, wo irgendwo ein Shop in der Nähe ist, oder? Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschaffung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Du weißt nicht, also, einen Wernschatz war. Du weißt nicht, aber weißt nicht, um einen Wernschatz zurück. Munition für Laserkanone. Ach, das wäre denn hierfür oder wie? Farblich würde es auf jeden Fall Sinn machen. Ah, ich wäre ja schon versucht, ne, dass wir uns da die kaufen. Aber bis jetzt klappt ja alles wunderbar mit dem Plasma Cutter. Den wir aber auch vielleicht mal upgraden sollten. Ich dachte, da liegt was. Ich sollte wohl froh sein, dass Hermann noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. So. Viel Spaß beim Durchlesen wieder. Okay. 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 Ah, war das jetzt so nötig? Ach, könnte man wieder einen Energieknoten verwenden, aber... ungern. Ich will die nämlich eigentlich behalten für Upgrades. Sicher ja, dahinter ist auch geiler Scheiß zu finden und so. Aber ich habe halt wirklich das Gefühl, dass wir momentan mehr Nutzen von haben. Wenn wir die einfach halt als Upgrade-Material weiter benutzen. Anstatt die für... Das ist Säure oder wie? Oh, der hat nix praktisch ist dabei. Sieht mir doch im Grunde schon so danach aus, dass hier irgendwas... Größeres auf uns wartet. Hier kann doch nicht nur Kleinvieh kommen. Oh, okay. Es tut mir doch nicht. Er hat sich nicht mehr Zeit drauf geholfen zu lassen. Es tut mir ein wenig Zeit. wonder du? Was war das? Und wie krank bist? Drei? Ich will auch das Buche. Und wie geht das? Ich will das. Und wie es? Das ist... Ich will das. Oh, nein. Ich will das. Was... Das war's für heute. Alles klar. Mein Gott, was ist mit euch Mistingern los? Okay, dieses exotische Vogelgeschnitter macht gerade für mich nicht allzu viel Sinn. Okay. 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 Medi-Packs Das kaufen wir auch mal nicht schlecht So, gleich noch etwas Muni gespart Warum sind hier bitte schon so viele Scheiß wie hier unterwegs? Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. In der Tat, ja. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Können wir mal speichern, wenn wir schon mal hier sind. Jochen! Das war's für heute. Ach, Schwerelosigkeit. Na gut, füllen wir mal unsere Stase wieder auf. Hier kommen wir später nochmal hin. Jetzt gehen wir erstmal zu unserem eigentlichen Ziel. Aber es läuft ja bis jetzt eigentlich echt geschmeidig. Einmal gestorben bis jetzt, was ja auch kein Ding ist. Oh, Dankeschön. Für die Spende. Und Dankeschön. Einen Teufel werde ich tun. Es stirbt doch. Oh Tegern, willst mich doch verarschen? Oh Tegern. Ach, diese kleinen Fliegeviecher, ey, die sind aber auch nervig, ey. Hör doch mal auf damit, irgendwelche hier deine Babys zu produzieren. Oh Tegern. Oh Tegern. Oh Tegern. Oh Tegern.